Hast du am Ende das Leben vollständig verstanden, belohnt dich das Leben. Es schickt dir einen schwarzen Monolithen, so einen wie im Film 2001 von Kubrick, undurchdringlich hochglanzpoliert, nicht wissend, ob das schwarz ist oder gleißendes Blendhell, nicht wissend, ob er aus Marmor, aus Stahl, aus Iridium, aus Gallium oder anderen gefertigt ist, nicht wissend, ob das eine positiv ausgedehnte Substanz mit drei scharfen Kanten und Dimensionen ist, oder aber nur die eigene Umkehrform, keine Ausbreitung nach Länge, Breite und Höhe, sondern ein Grab, ein Graben, eine Gruft, ein Hohlraum, dessen Außengrenzen, wie Spiegel nach innen und außen funktionieren, ein Spiegelkabinett, eines von dem Stanislaw Lemz spricht, das alle Lichtstrahlen so um sich herumführt, gekrümmt, dass man mit der Nase dagegen rennt, obwohl es unsichtbar bleibt. Man weiß nicht, schwebt das Ding, man weiß nicht, bewegt es sich nicht, man weiß nicht, bewegt es sich kontinuierlich, man weiß nicht, hat es überhaupt so etwas wie Bewegung, und gibt es überhaupt etwas wie Raum oder Zeit, in dem man sich bewegen könnte, entsprechend dem unendlichen Fallen des Parmenides, oder ist es umgekehrt? Und Heraklit hat recht, und die starrsten, die härtesten, marmorpolierten Strukturen der Sarkophage, zum Beispiel der Apis-Stiere, immens groß, 18 Meter lang, hunderte Tonnen schwer. Ja, egal, haben gar keinen Raum, haben gar keine Zeit, und so weiter.